Moin ihr Schlingels da draußen! Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt zu diesem kleinen Infovideo, was ja wieder nichts anderes sagt, außer dass ich heute Abend 20 Uhr live streame, so wie jeden Freitag. Aber heute wird auch nichts besonderes passieren oder sonstiges. Nein, aber es ist etwas besonderes in Planung, das kann ich schon mal sagen, aber dazu irgendwann dann später mal mehr. In diesem Sinne würde ich mich einfach freuen, wenn ihr heute Abend 20 Uhr mit dabei seid. Wir werden wieder zahlreich Leute sein, die heute Abend mitspielen. Wir werden nämlich bestimmt wieder GTA 5 spielen. Wir werden wieder ein bisschen Rainbow Six spielen. Wir werden bestimmt auch CSGO spielen. Wir können ganz viele Sachen machen. Vielleicht spielen wir Dead by Daylight, wie ihr wollt. Wir schauen einfach mal und es gibt ein paar coole Infos zum LS17, was ich einfach noch so raushauen wollte, über die ich mit euch einfach ein bisschen quatschen wollte und so weiter. Einfach was wir geplant haben mit euch zusammen für den Landwirtschaftssimulator 17, was alles kommen wird und was bei uns quasi schon auf dem Zettel auf der Merkliste steht. Und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn ihr heute Abend dabei seid. 20 Uhr geht es los auf Twitch.tv.com. Und in der Videobeschreibung nochmal der Link. Und ja, wir sehen uns. Euer Manus! Danke, dass ihr mit dabei seid. So und jetzt wieder zurück in meinen Puller.